The Black Line, der schwarze Löwe, ist eine Untervariante aus der Flidor-Eröffnung und kennzeichnet sich durch die Züge G7, G5, gefolgt von Springer F8 und Springer nach G6. Das sieht dann in etwa so aus, G5 und dann Springer F8 nach G6. Mit der Idee, den Springer nach F4 zu kriegen, G5, G4 zu spielen und hier auf der Seite einen Angriff zu starten. Bekannt gemacht hat diese Eröffnung Simon Williams, der Ginger GM. Und jetzt hat aber Gata Kamski Jagd auf diesen Black Line gemacht. Und genau, da kann man auch schon mal große Augen machen, denn das war durchaus ein heftiger Angriff. Ein realistischer Angriff und ich glaube, der hat viel, viel Substanz. Mit diesem Problem müssen sich die Spieler des Black Lines auf jeden Fall auseinandersetzen. Und damit, hallo Freunde und herzlich willkommen beim Schachstattingen. Wir schauen uns jetzt mal in Ruhe an, was Gata Kamski da gemacht hat. Ja, und wie das zu dieser Stellung kam und so weiter. Also, viel Spaß. Nun, wir fangen natürlich am besten vorne an. Ja, und die Philidor-Verteidigung kann über verschiedenste Reihenfolgen entstehen. Hier in dem Fall über die Pirc-Verteidigung. Und dann nach E7, E5 sind wir im Philidor. Wir fangen mal ganz kurz vorne an, um die Hauptvariante zu zeigen. Bekannter ist sie durch E4, E5, Sprenger F3 und D6. Das ist die Philidor-Verteidigung. Hier, wenn Schwarz über diese Reihenfolge spielt, dann gibt es halt die Problematik, dass man vielleicht in die eine oder andere Variante nicht reinkommt. Zum Beispiel Springer F6 jetzt ist möglich, ja. Dann entstehen aber andere Stellungsbilder, wenn Schwarz hier, wenn Weiß hier auf E5 nimmt, zum Beispiel, dann muss Schwarz hier nehmen, ja, und so weiter. Er könnte hier ansonsten Springer einfach Springer BD7 spielen, diese Hennem-Variante. Und dann würde es nach Springer C3, Springer F6 wieder zur gleichen Stellung führen. Okay, dann sind wir hier in unserer Partie wieder. Wir haben über diese Reihenfolge E5, der Läufer geht nach C4, völlig normal. Läufer E7. Wir wollen hier auch nicht auf die Theorie eingehen, denn das sind, ja, mehr oder weniger bekannte Theorie-Varianten bis hierhin. Das ist auch harte C7-6, ein sehr natürlicher, normaler Zug, der das Feld kontrolliert, der aber auch mal B7-B5 droht. Und deswegen spielt Weiß hier im Regelfall A2-A4, um eben den Vorstoß B5 zu unterbinden. Ja, und jetzt könnte Schwarz hier schon kurz rochieren, wäre ganz normal. Kann auch erst H7-H6 spielen, ja, um das Feld G5 nochmal zu sichern. Okay. A4-A5 war ein normaler Zug. Da haben wir C7, um den E5 hier eben jetzt nochmal zu überdecken. Auch ein Standardfeld für die Dame in dieser Philidor-Verteidigung vom E1. Und dann haben wir unsere Stellung, ja, und jetzt könnte Schwarz natürlich kurz rochieren und wäre in den normalen Hauptvarianten der Philidor-Verteidigung. Aber wenn er den Black Lion spielen möchte, dann ist jetzt hier eben G7-G5 die Option, dass man eben vor der Rochade dieses Springer-Manöver vorbereitet. Der Läufer geht nach E3, in dem Fall von Gata Kamski. Und Schwarz macht Springer F6, um eben diesen Springer hier zu überführen. Und wir sehen, Schwarz bemüht sich, seine Figuren auf den Königsflügel zu überbringen, um eben gegebenenfalls einen Angriff zu starten. Aber jetzt hier schauen wir mal. Jetzt in dem Augenblick, wo der Springer nach F8 zieht, deckt der Springer ja auch nicht mehr den Punkt E5. Und hier setzt Gata Kamski an, ja, und jetzt wird es gefährlich für Schwarz. Denn hier gibt es dieses, ja, folgende schöne Manöver, das ich vorher auch nicht kannte. Ich habe diesen Black Lion auch mit Schwarz gespielt, ja. Das weiß hier auf E5 einmal raustauscht, okay, dafür schlagen wir zurück. Und im Regelfall ist dieser Tausch gut für Schwarz, weil ich jetzt natürlich Kontrolle über das Feld D4 bekommen habe. Zum Beispiel, wenn man Springer jetzt hier irgendwann mal hier auf D4 landen möchte, ja. So im Königsindischbereich, ja, da kennt man das, dass dieses Feld hier schwach ist oder aus schwarzer Sicht stark ist. Aber, und jetzt kommt eben der Ausheber von Weiß, von Gata Kamski, und er macht hier diesen tollen Zug. Springer schlägt E5. Wow, ein Scheinopfer sozusagen, ja. Vor allem aber wird erstmal das Schwarz-Zentrum völlig demoliert. Der Bauer wird entfernt. Ja, und wenn Schwarz diesen Springer hier nicht nimmt, dann ist einfach ein Bauer weg, ja. Das macht ja auch keinen Sinn. Also müssen wir den schlagen. Was ist die Idee von diesem Springer E5? Ist jetzt, Läufer D4 zu spielen. Und jetzt sehen wir, dass dieser Bauer natürlich hier auf E5 die Wirkung Richtung H8, ja, die ist jetzt auf einmal offen, diese schöne Diagonale. Und Schwarz muss sich jetzt überlegen, was mache ich? Hier in der Partie folgte Dame C4. Das ist auch der beste Zug. Er kann zum Beispiel, der natürlich aussehende Zug, Dame C7, dann folgt E4, E5. Auch wieder, ja, der Weiße setzt sein Zentrum in Bewegung, nutzt diesen Raumvorteil mit Tempo. Ich greife den Springer an und potenziell kann ich jetzt dann natürlich auch irgendwann mal E5, E6, diese schöne Diagonale wieder freiräumen mit Tempo auf den Turm. Und wenn hier so ein Bauer auf E6 steht, ja, in Verbindung mit unserem Läufer C4, dann ist auf einmal der F7 in Gefahr. Und ihr seht, dann ist der schwarze König hier in Gefahr. Okay, das sind so die groben Grundideen. Und wenn der Springer hier wegzieht, dann kann Weiß hier wunderbar Springer E4 spielen. Und jetzt sehen wir, alle weißen Figuren sind im Spiel drin, sozusagen. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht wichtig ist, was man an Material mehr hat, sondern es ist wichtig, dass das Material, das man hat, effektiv eingesetzt wird. Und die Figuren, die mitspielen, die sind entscheidend. Der Turm ist nicht entwickelt, der ist nicht entwickelt, der Läufer nicht entwickelt, der König in der Mitte. Alles nicht entwickelte Figuren. Und bei Weiß spielt im Grunde fast alles mit. Ja, auch dieser Turm kann natürlich schnell mal ins Zentrum. Oder vielleicht auch hier irgendwie, wie auch immer. So, und hier sind vor allem so kleinere Grundvarianten, dass der Springer nach T6 kommt mit Schach. Und der König hier eben entsprechend in Abzug Schachs und Sonstiges reinrennt. Auch dieser Bauer auf E5 ist hier auf taktischem Wege im Grunde gedeckt. Denn hier kann Weiß auf E5 zurückschlagen. Die Dame muss schlagen. Und jetzt kommt ein Abzug Schach auf die Dame. Und die Dame kann zwar schlagen, aber der Läufer ist gefesselt. Und dadurch gewinnt Weiß die Dame. Also diese Variante nach Dame C7 und wenn Weiß jetzt zu E4, E5 kommt, demonstriert schon sehr, sehr gut und sehr, ja, und wir haben jetzt noch diese ganzen Optionen mit E5, E6, haben wir noch gar nicht begutachtet, weil die sind auch noch drin. Mit diesen Abzügen, da zeige ich euch gleich noch eine kleine Beispielvariante. Hier in dieser Partie folgte Dame F4, okay. Und jetzt, sehr bedauerlich, spielte Gata Kams hier einen ungenauen Zug. Er spielte hier den Zug E5 sofort, was ja auch verständlich und normal und so weiter aussieht. Ich greife diesen Springer an. Der Springer soll nach G4 und jetzt kommt G2, G3. Und jetzt auf einmal scheint die Dame in Gefahr zu sein. Und hier hat Kamski schlicht und ergreifend einen kleinen taktischen Trick des schwarzen, des Gegenspielers übersehen. Und ja, dadurch konnte sie schwarz halten. Was ist hier der taktische Trick für schwarz? Er kann hier den schönen Zwischenzug Springer schlecht F2 machen. Und auch hier seinerseits die Dame wieder angreifen. Denn der Läufer kann hier nicht so gut schlagen, weil jetzt die vierte Reihe aufgeht und auf einmal ist dieser Läufer weg. Na, dieser Läufer ist ja auch abgelenkt aus dieser Diagonale und so weiter. Und jetzt hätte schwarz eine Figur mehr. Und wenn weiß die Dame schlägt, schlägt schwarz die weiße Dame. Und jetzt haben wir eben so das Problem, ja. Ich mache mal so eine kleine Variante E5, E6 mit Angriff auf den H8. Der wird einfach geschlagen, man opfert den Turm in Anführungsstrichen, kriegt jetzt den Turm aber, den Springer wieder raus, weil der zwar geschlagen werden kann, aber damit Läufer C5 dagegen gefesselt werden kann. Ja, und ihr seht, zum Beispiel nach dieser Abwicklung hier, haben wir einfach eine Stellung, wo schwarz einen Bauern mehr hat, weil es aber immer noch genügend Aktivität hat, sodass die Engine hier 0.0 anzeigt. Aber damit sind wir natürlich schon ganz weit weg von dem, was wir eigentlich erreichen wollten. Und hier schauen wir uns nochmal an, dieser Zug E5, wenn wir den nämlich nicht spielen, wir können die Variante verbessern. Und das, wenn wir sofort G2, G3 spielen und die Dame angreifen. Und die Dame hat gar nicht so viele Felder. Jetzt sind wir zurück, dann kommen wieder die Varianten, die wir schon kennen, ja, mit E4, E5, den angreifen und den Springer über das Feld E4, das wir jetzt frei gemacht haben, Richtung D6 an den Angriff beteiligen. Grundsätzlich gilt, wenn wir den Springer nach D6 bringen, ja, und der Läufer schlüge, dann schlagen wir nicht nur zurück, greifen die Dame an, sondern öffnen die auch die E-Linie, oftmals mit Tempo, Schach, ja, und so weiter. Das sind so die taktischen Ideen. Und natürlich auch diese Läuferdiagonale öffnet sich dann natürlich auch noch, ne, Richtung den Turm. Also ihr seht, gerade im Schnellschach ist das natürlich hier brandengefährlich für Schwarz. Aber auch in Langzeitpartien. Deswegen, ja, muss die Dame irgendwo anders bleiben, zum Beispiel auf G4, um sich vielleicht abzutauschen, ja, das wäre natürlich eine Hoffnung für Schwarz. Aber jetzt folgt F2, F3, greift die Dame wieder an, die Dame bleibt in der Nähe des Königs, und jetzt spielen wir E4, E5. Und jetzt haben wir nicht nur diesen Bauernzug noch gemacht, der hier auch noch die Felder kontrolliert, sodass der Springer hier schon, ja, schwierig überhaupt noch irgendwie aktiv werden kann. Und hier haben sich schon, naja, einige Großmeister, ja, aber auch Engines und so weiter rangewagt, wo und wie gibt Schwarz hier am besten die Figur zurück, damit das Unheil so einigermaßen erträglich bleibt. Und dann ist so der beste Zug hier tatsächlich auch Springer G4 von den Engines ausgespuckt worden, aber Weiß behält trotzdem einen schönen Vorteil. Aus menschlicher Sicht wäre jetzt zum Beispiel so ein Zug wie Springer D7, dann folgt natürlich E6 mit Doppelangriff auf den Springer und auf den Turm, und Weiß bekommt sein Material zurück und hat immer noch den Angriff gegen den in der Mitte stecken gebliebenen König. Und ja, all diese Varianten demonstrieren natürlich schon, hm, hier ist irgendwas schiefgelaufen für Schwarz. Ja, Weiß bekommt eine unglaublich große Dynamik, dadurch, dass er, nachdem Schwarz hier diesen Springer weggezogen hat, das ganze Zentrum hier einfach mal komplett zerstört und dann mit Läufer D4 und E4, E5 Ideen eine Dynamik aufbaut. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ist das jetzt nur in dieser Gata-Kamski-Partie jetzt so gewesen oder kann man jetzt vielleicht auch mal vielleicht irgendwelche anderen Reihen folgen oder wie auch immer kreieren? Deswegen habe ich mal so eine kleine Beispielpartie zusammengeschustert, natürlich Engine geschützt und so weiter. Also schauen wir uns die noch mal kurz an. Nun schauen wir uns noch mal ein kleines Beispiel an. Schwarz kann sich ja auch theoretisch erst ein bisschen anders aufbauen. Ganz oft ist auch der Zug A7, A5 hier sehr, sehr typisch, um eben diesen Vorstoß zu unterbinden. Wir schauen uns mal an, ob das irgendwie einen großen Unterschied macht. Weiß macht ja so erstmal relativ normale Schemazüge, wie Turm E1, Läufer E3, Dame D3, den Läufer mal zurückziehen. Hier kann man sicherlich genügend Standard- und Schemazüge einbauen. Schwarz-Dame zu 7, Läufer E3. Immer unter der Voraussetzung, dass Schwarz mit diesem G5, H6, G5 spielen möchte, um diesen Black Line ins Leben zu rufen. Spielt Schwarz hier jeder Zeitrochrate, sind die weißen Züge ja auch nicht komprimierend irgendwie. Kompromittierend. Wir könnten zum Beispiel den Läufer zurückziehen und auf G5 die Dame nach D3 stellen. Das hat einfach die Bewandtnis, dass wir im Zweifelsfall den E4 auch nochmal decken können. Denn rein aus professioneller Natur, in dem Augenblick, wenn Schwarz G5 spielt, hat er natürlich hier auf F5 ein schwaches Feld kreiert. Und da könnte der Springer über E2 nach G3, nach F5 immer mal schön auftauchen. Und dazu, um dieses Manöver zu ermöglichen, steht die Dame auf D3 sehr, sehr gut. Auch dieses Manöver kommt natürlich nicht von mir. Das hat zum Beispiel der Chess-Explained, Christopher Selecki, Christopher, sage ich schon, Christopher Selecki, gegen mich auch mal gespielt. Denn ich habe, wie gesagt, auch diesen Black Line mal gespielt und er hat mich da völlig vernichtet. Deswegen haben wir die D3 ein natürlicher Zug. Und wenn Schwarz jetzt anfängt, mit Springer F8 eben diesen von G5 angefangenen Plan in die Tat umzusetzen, jetzt müsste ja quasi, jetzt haben wir ja im Grunde eine andere Stellung. Natürlich Ähnlichkeiten, klar. Aber ein bisschen eine andere Stellung. Und jetzt bleibt die Frage, können wir hier unser Kamsky-Manöver auch wieder ausführen? Dazu schalten wir mal die Engine ein. Und jetzt sehen wir, D mal E, D mal E und Springer E5 scheint tatsächlich auch wieder zu gehen. Mit der Idee auf Dame E5. Wichtig ist eben dabei, dass wir immer nach diesem Scheinopfer auf D5 oder nach diesem Opfer auf D5 den Zugläufer D4 haben. Und deswegen muss die Dame das Feld hier auch noch irgendwie gedeckt haben, damit der Läufer hier eben die Dame angreift und auf dieser Diagonale wirken kann. Und ja, jetzt schauen wir mal. Wir sehen, die Engine sagt, komm, ich muss schon nach C7 zurück. Ja, und dann geht hier auch wieder E4, E5 mit dem Plan, wenn der Springer jetzt nach G4 kommt. Ja, der Engine zeigt jetzt hier spannenderweise noch andere Stellungen, noch andere Züge an, die auch einfach gut sind. Aber ihr seht es hier oben, Freunde. Ja, plus 1,6, obwohl wir eine Figur weniger haben. Und das bedeutet ja im Grunde, wir kriegen die Figur mehr oder weniger zurück und haben noch Zinses-Zins dabei. Hier hatte ich natürlich jetzt diesen Zug Springer E4 als erstes getestet mit diesen Ideen. Dass die Engine nur so mittelprächtig begeistert wegen Springer E6 oder dass die E-Linie noch blockiert werden kann irgendwie. Aber das ist eben, dann muss man von Einzelfall zu Einzelfall gucken, wie sind hier die unterschiedlichen Bedingungen. Kann ich hier oder muss ich hier erst noch irgendwelche anderen Züge einschalten, weil der Springer ja hier zum Beispiel auch gefangen ist. Der kommt hier nicht mehr zurück. Und da würde ich meine Figur ja auch schon zurückbekommen. Von daher, extrem großes Risiko geht, geht Weiß hier nicht ein. Auch hier, wenn der Springer zurückgeht, kommt natürlich sofort E5, E6 und dieses wird aufgelegt und so weiter und so fort. Und hier können wir uns sicherlich mit der Engine mal richtig durchjagen und taktisch mal austoben quasi, was hier so alles möglich ist. In diesen Stellungen, wenn wir hier auf E5 wenn wir hier auf E5 dieses schöne Opfer spielen, was Gata Kamski in seiner Partie gezeigt hat. Ja, Freunde, wie gesagt, die Partie ging dann aufgrund dieses Konters, konnte der Gegner sogar gewinnen, das war bedauerlich. Aber nichtsdestotrotz, die Idee, die halten wir fest, die war wirklich gut und ihr seht auch, die Engine bestätigt das. Von daher, der Black Line in Gefahr und ich werde das demnächst mal hoffentlich in der eigenen Partie aufs Brett bekommen und werde ich das auch nochmal ausprobieren. Also, in dem Sinne, Freunde, sage ich, viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr dagegen spielt und dann sind wir auch schon durch für heute. Schaut euch noch weiter auf meinem Kanal um. Ähm, genau, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich freuen. Vielen Dank dafür und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.